hallo und herzlich willkommen zu einem neuen erklärvideo von mir dieses mal soll es ums thema gehen wie ihr mit hilfe von schleifenquests diamanten generieren könnt es ist doch sicherlich schon einmal aufgefallen dass eure quests hin und wieder diamanten abwerfen um herauszufinden wann das der fall ist müssen wir mal ein bisschen die theorie gehen ich habe dazu hier schon einmal das forge of empires fandom wiki geöffnet weil das das ausführlichste ist und dazu auch das englische wiki und die seite recurring quests für eben schleifenquests geöffnet hier wird beschrieben welche schleifenquests gibt und welche preise bekommt ihr bekommt grundsätzlich ein random reward und zum random reward gibt es noch mal eine extra seite die das erklärt auch auf diese gehe ich rauf und zeige euch mal was diese preise sind also dass der zufällige gewinn das symbol ist immer dieser würfel und den kennt ihr mit sicherheit wenn ihr quests abschließt jedes mal wenn ihr diesen random reward habt habt ihr die chance darauf blaupausen zu bekommen forge punkte zu bekommen güter zu bekommen medaillen ein kleines münzpaket ein großes münzpaket ein kleines vorratspaket oder ein großes vorratspaket oder eben diamanten und das ist ein grund dafür dass ich eigentlich quest auch ganz normale quest nie abbreche wenn sie einen random reward geben denn in diesem fall könnt ihr immer auch diamanten gewinnen so ich bin jetzt wieder zurückgegangen zu der seite über die schleifenquests recurring quests auf englisch und das besondere an wiederkehrenden quests also schleifenquests ist ja dass er die so lange wiederholen können bis ihr dann auch diese diamanten bekommen habt bei den normalen schleifenquests habt ihr keinen einfluss darauf an der diamanten bekommt bei den schleifenquests könnt ihr die quest so lange wiederholen bis ihr dann tatsächlich eure questbelohnung eure diamanten erhalten habt ich gehe wie gesagt hier immer auf diese seite wenn ich in einem neuen zeitalter angekommen bin suche mir für mein zeitalter die entsprechenden recurring quests raus die schleifenquests schreibe mir diese auf deutsch üblicherweise auf und es ist so dass es im zeitalter venus insgesamt 15 schleifenquests gibt und in diesem fall habe ich mir eben hier alle 15 quests aufgeschrieben und ich habe dann eine liste wo ich eintrage welche schleifenquests ich schon erledigt habe in anführungszeichen und welche eben noch nicht erledigt heißt in meinem fall dass ich dort die diamanten schon bekommen habe die sache bei den schleifenquests ist nämlich auch dass er diese diamanten nur exakt einmal bekommt für jede schleifenquests also wenn ihr einmal die diamanten bekommen habt beispielsweise für die schleifenquests namens bildung dann könnt ihr euch die auf die fertig liste schreiben und könnt diese schleifenquests im grunde abbrechen und weiter an den noch offenen schleifenquests arbeiten bis ihr dort die diamanten erhaltet wenn ihr mal vergessen habt ob ihr eine schleifenquests schon beendet habt oder noch nicht beendet habt dann gibt es die möglichkeit darauf zu achten ob ihr medaillen bekommt sofern ihr nämlich medaillen erhaltet habt ihr die diamanten schon bekommen die medaillen sind nämlich der austauschpreis für die diamanten also der preis den ihr stattdessen bekommt wenn ihr die diamanten bereits habt und ich bin jetzt hier zurück in meine stadt gegangen und beende zwei weitere schleifenquests für die ich diamanten bekomme ihr seht nett sein und für die kolonie habe ich abgeschlossen und bekomme jeweils 140 diamanten dafür kann ich hier in meiner liste nett sein und für die kolonie in den block nach oben ziehen und habe jetzt eben noch vier quests vier schleifenquests wofür ich noch keine diamanten bekommen habe und die sammeln ich jetzt hier eben ein diese quests bekommen dafür die diamanten 140 an der zahl und wechsle dann eben so lange durch bis ich wieder schleifenquests eingestellt habe die ich noch zu erfüllen habe warum bekomme ich jetzt hier 140 diamanten auf der random reward seite haben wir gesehen dass es nur 20 diamanten geben sollte ja das ist einfach so weil ich mir ein chateau gebaut habe ein chateau frontenac und das inzwischen auf dufe 100 aufgelevelt habe wenn wir mal hier auf die eigenschaften dieses legendären gebäudes gehen dann sehen wir dass wir plus 600 prozent der questbelohnungen erhalten und das bedeutet eben bei 20 diamanten erhöht sich das auf 140 diamanten und das aus 20 140 diamanten werden mit einem chateau frontenac auf stufe 100 rechne ich euch eben mal kurz vor die 100 prozent diamanten bekommt ihr sowieso das sind die 20 diamanten und plus 600 bedeutet dann eben dass ihr insgesamt 700 prozent habt das heißt ihr könnt eure 20 diamanten mal 7 multiplizieren und kommt dann eben auf die 140 diamanten die ich jetzt hier bekomme habt ihr also ein chateau könnt ihr eure diamanten gewinnen noch einmal erheblich verbessern schön dass es auch wenn man noch kein besonders hohes zeitalter hat aber schon ein sehr hohes chateau weil ihr dann eben die möglichkeit habt durch diese ganzen vielen zeitalter noch die schleifen quest machen zu können und für jeden jede schleifen quest eure diamanten abholen zu können nun hoffe ich dieses video hilft euch dabei ein paar zusätzliche diamanten zu generieren und wenn das video interessant für euch war dann freue ich mich wenn ihr mir einen daumen nach oben gebt und natürlich auch wenn ihr den kanal abonniert wenn ihr auch keine weiteren videos mehr verpassen wollt zum schluss sage ich wie immer ciao und bis zum nächsten mal